In der heutigen Geschichte erzähle ich Ihnen von Paula Badosa, einer professionellen Tennisspielerin aus Spanien, die schnell weltweite Berühmtheit erlangt. Paula wurde am 15. November 1997 in New York geboren. Sie spielt seit ihrem dritten Lebensjahr Tennis und vertritt nun Spanien. Mit einem kraftvollen Spielstil und beeindruckenden Ergebnissen auf dem Platz entwickelt sich Badosa schnell zu einem aufstrebenden Stern im spanischen Tennis. Badosa begann schon in jungen Jahren mit dem Tennisspielen, begann aber erst 2015 professionell zu spielen. In den folgenden Jahren nahm sie an vielen Turnieren teil und wurde immer wieder als vielversprechendes Sporttalent ausgezeichnet. Dies dauerte jedoch bis 2020, als Badosa wirklich zu einem führenden Mitglied auf der Weltbühne wurde. 2020 erreichte Badosa erstmals das Endspiel des VTJ-Turniers in Lyon. Obwohl sie letztendlich im Finale verlor, war ihre beeindruckende Leistung ein Zeichen dafür, dass sie eine ernsthafte Anwärterin war und gefürchtet werden sollte. Nur wenige Monate später erreichte Badosa das vierte Finale der French Open, eines der prestigeträchtigsten Turniere des Sports. Auf dem Weg dorthin besiegte sie mehrere ehemalige Nummer 1 der Welt, darunter Joanna Conta und Sloane Stevens, und demonstrierte ihre Fähigkeit, auf höchstem Niveau zu konkurrieren. 2021 setzte Badosa ihren Erfolg auf dem Platz fort. Sie erreichte das Halbfinale des Charleston-Turniers, ein wichtiges Turnier auf der VTJ-Tour, und erreichte dann das vierte Finale der Australian Open, einem der vier Grand Slums des Sports. Obwohl sie in diesem Turnier letztendlich gegen Madison Keys verlor, zeigte ihre Leistung ihre Fähigkeit, gegen die besten Spieler der Welt anzutreten. Übrigens gab es bei derselben Meisterschaft einen Skandal um Paula. Bei ihrer Ankunft in Melbourne wurde sie positiv auf Covid-19 getestet, die Organisatoren der Australian Open mussten sie unter Quarantäne stellen. In ihren sozialen Netzwerken teilte Badosa ihre Enttäuschung über die Organisation der Meisterschaft. Sie beschwerte sich darüber, dass sich die Fenster in ihrem Zimmer nicht öffnen ließen, sowie dass sie ihre Trainingsgeräte fast eine Woche lang nicht bekommen konnte. Es war ein Albtraum. Sie haben mich wie einen Kriminellen behandelt, mich von einem Hotel zum anderen gebracht, begleitet von der Polizei, sagte Paula der spanischen Zeitung El Pais. Badosas Erfolg ist in Spanien, wo Tennis ein äußerst beliebter Sport ist, nicht unbemerkt geblieben. Sie ist zu einem Vorbild für junge Spieler im Land geworden und zeigt, was harte Arbeit, Hingabe und Engagement für Spitzenleistungen erreichen können. Ihr Erfolg trug auch dazu bei, das Profil des Damentennis in Spanien zu schärfen und inspirierte mehr junge Mädchen, den Sport aufzunehmen und sich ihre Träume zu erfüllen. Badosas Spielweise ist ihr größter Vorteil auf dem Platz. Ihre kraftvollen Schüsse und ihr ausgezeichnetes Ballgefühl ermöglichen es ihr, das Tempo des Spiels zu bestimmen und die Gegner unter Kontrolle zu halten. Badosa funktioniert auch gut in der Verteidigung, indem er geschickt Bälle überträgt und schwierige Schüsse trifft. Ihre Fitness und Ausdauer sind auch der Schlüssel zu ihrem Erfolg auf dem Platz. Während ihrer Karriere hat Badosa bereits ihr Potenzial und Talent im Tennis gezeigt, aber sie entwickelt und verbessert ihr Spiel weiter. Ihre Ambitionen gehen weit über Einzeltitel oder Turniersiege hinaus. Sie strebt danach, eine der besten Tennisspielerinnen der Welt zu werden. Außerhalb des Platzes ist Badosa auch eine beliebte Social-Media-Persönlichkeit und wurde für ihre Schönheit und ihren Stil anerkannt. Sie engagiert sich auch aktiv in der Wohltätigkeitsarbeit und unterstützt verschiedene gemeinnützige Organisationen und Projekte. Paula Badosa ist ein Paradebeispiel für eine erfolgreiche Karriere als Sportlerin, die durch ihre Arbeit, ihr Talent und ihre Ausdauererfolge erzielen konnte. Ihre kommenden Auftritte und Erfolge auf dem Platz werden von ihren Fans und Tennisfans auf der ganzen Welt mit großem Interesse verfolgt. Schreibe in die Kommentare, von wem du die nächste Geschichte hören möchtest. Abonniere den Kanal, hier wird über Sport gesprochen. Abonniere den Kanal